Da sitzen Sie nun. Sie haben null Ahnung, in was für einer Scheiße Sie da stehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Scheiße. Die Mörder sind also auch da. Da wollte uns jemand was anhängen. Das hören Sie im neuen Podcast. Hast du noch das Profimikro? Selbstverständlich, Kleine. Nicht zu Hause. Ich habe es in der 30-Tage-Frist zurückgebracht wegen der Kaution. Aber ich hole es wieder. Verweisstücke tauchen in unseren Wohnungen auf. Ist das die Mordwaffe? Da spielt uns einer aus. Wenn Sie uns nur ins Messer liefern wollten, würde die Polizei schon anknopfen. Warum habe ich das Messer in der Hand? Wir müssen Bunnys Mörder finden. Wir finden einen Hinweis, der uns entlastet. Und wenn uns jemand sieht dabei? Niemand wird sehen, wie wir reingehen. Meine Güte. Wir schlagen uns echt gut. Hervorragend. Wir haben aus der ersten Staffel gelernt. Ich habe das Thema 50-Tage gemacht. Wir haben auch jemanden, bei unserer Tür. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020